Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spielama. Ich bin's Alex und ich gebe dir heute einen Überblick zu Devide at Impera Day. Jetzt im Retail erschienen bei Pegasus Spiele, der Originalverlag ist Ludus Magnus Studio. Das ist ein Kickstarter Spiel und wird meines Wissens zum Zeitpunkt dieses Videos gerade erst ausgeliefert. Also zumindest die Kickstarter Version. Ich habe hier die Retail Version von Pegasus, das ist ein Rezensionsexemplar von Pegasus und dem wollen wir mal nachkommen. Und zwar frisch nach einer Zweispielerpartie hier. Ja, Day, Devide at Impera. Wenn man sich die Schachtel mal anschaut, die Rückseite, dann bekommt man irgendwie den Eindruck, man hätte es hier mit einem, ja wirklich ein Kampfspiel zu tun, so Richtung Vorex vielleicht. Wir haben Felder, wir haben Einheiten, die darauf rumlaufen. Und ganz ehrlich, in der Kickstarter Version mit den Plastikminiaturen sieht es auch noch viel mehr danach aus, als jetzt in der Retail Version. Denn, schauen wir uns die Retail Version mal an, haben wir hier kleine Holzfiguren, die hier rumlaufen. Und ehrlich gesagt finde ich das für die Vida at Impera perfekt passend. Braucht gar kein Plastik. So, was haben wir hier für ein Spiel? Wir haben hier erstmal einen modular aufgebauten Spielplan und das Erste, was auffällt, was ihr jetzt im Video eher schlecht seht, ist, wir haben hier unterschiedliche Höhen auf den Spielplatten. Hier ist beispielsweise eins, das ist drei Ebenen hoch, während das hier nur zwei Ebenen hoch ist. Also hier, ihr seht, da seht ihr es vielleicht, ich habe hier eine Kante, an die stoße ich. Und das muss man tatsächlich erst zusammenkleben, das ist eine Riesenarbeit. Jeder Spielplanteil ist markiert, für welche Spielerzahl es geeignet ist. In dem Fall hier für drei Spieler kommen noch welche dazu. Bei vier Spielern spielt man in einem 4x4 Raster, also nochmal jeweils eine Reihe mehr. Das passt dann hier gar nicht mehr in den Tisch, sondern dann nur noch auf den Tisch. Ja, das so vorweg. Und Kern des Spiels ist, dass wir bei zwei Spielern zum Beispiel hier in der Mitte auf diesem Basislager mit unseren Figuren beginnen. Jeder Spieler hat eine Anführerfigur. Das ist hier der orangene und hier der graue. Dieser Anführer hat hier auf dem Spielertableau, auf dem Plättchen, auch eine spezielle Fähigkeit. Mein dicker Z13 hier, der zählt zum Beispiel für die Mehrheiten als drei Figuren statt als eine. Der hier kann dafür, wenn er Ressourcen sammelt, zwei Ressourcen statt eine Ressource sammeln. Die anderen Figuren sind Plünderer, die können auch Ressourcen sammeln, für Mehrheiten zählen. Das sind quasi die normalen Armeen, die kleinen Figürchen. Eben das, was für die Mehrheit relevant ist. So, ich lege die mal alle hin, schnell, dann seht ihr das besser. Denn ich möchte euch ein bisschen hier erklären, was ist hier so passiert. Und dann sieht man, glaube ich, auch am besten, was macht dieses Spiel denn eigentlich. So, da haben wir es. Machen wir noch die Dings um. Also, in allererster Linie geht es darum, Siegpunkte zu sammeln. Und Siegpunkte sammle ich, indem ich in vier Runden, die wir spielen, drei Aktionsphasen mit hier zwei Aktionskarten. Also wir spielen insgesamt 24 Aktionskarten. Versuche ich, Ziele zu erfüllen. Nach jeder Runde kann ich ein Ziel erfüllen. Und zwar in der entsprechenden Spalte, beziehungsweise auch zurück. Und diese Ziele geben Punkte. Und ganz in diesem Fall sind viele dieser Ziele ausgerichtet auf diese Außenposten. Das sind diese runden Scheiben. Und in diesen runden Scheiben sind eigentlich auch so Steine. Außer man kontrolliert sie eben, dann bekommt man diese Steinchen. Und diese Außenposten will ich eben entweder kontrollieren oder ich will eine Garnison dort haben. Das heißt, ich möchte einfach nur einen Miepel da stehen haben. Egal, ob der Gegner ihn noch hat oder nicht. Das ist so ganz wichtig. Ein Punkt an der Stelle. Wie man da Punkte scoren kann. Es gibt auch noch anderes, wie zum Beispiel bestimmte Karten, beziehungsweise Karten an sich. Wenn ich mein Deck verbessere. Deck ist vielleicht der falsche Begriff. Wenn ich meinen Vorrat an Aktionskarten verbessere. Hier, das sind gekaufte. Und das sind die, die man standardmäßig in den Aktionskarten hat. Die sind auch nochmal Punkte wert. Das ist oben rechts. Dann gibt es am Ende noch eine Endwertung. Und wer dann am Ende am meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Das bin in dem Fall hier ich gewesen. Mit 53 Punkten gegen glatte 40 Punkte. Und ich war auch das ganze Spiel tatsächlich im Vorsprung. Das ist das Wort, das ich suche. Der Clou mit den unterschiedlichen Ebenen ist halt, dass es hier im Spiel entweder Aufzüge gibt, allgemeine Aufzüge oder ich Aufzüge bauen kann mit so einem Plättchen. Das heißt, ich darf dann an dieser Stelle hoch und runter gehen. Das geht über eine Bewegungsaktion. Und damit sind bestimmte Bereiche halt schwerer zu erreichen. Doch nicht nur das. Ich kann im Laufe des Spiels Brücken bauen, um damit gewisse Bereiche angrenzend zueinander machen. Wobei Brücken eben nur innerhalb eines Spielplanteils sein dürfen. Ein Spielplanteil selbst trennt sich in verschiedene Bereiche. Nämlich das ist ein Bereich, das ist ein Bereich, das ist ein Bereich. Hier also durch diese optische Klippe. Das ist ein Bereich. Und eine Bewegungsaktion sagt eben immer, gehen einen angrenzenden Bereich. Wobei angrenzend Dach zu Boden eben nur ist, wenn ich hier so einen Aufzug, also ein Seil habe. Wir befinden uns in einer verschneiten Postapokalypse. Der eisige Tod, der weiße Tod, was auch immer es war, hat diese Welt zugrunde gerichtet. Und wir sammeln jetzt einfach Ressourcen, um da rauszukommen. Thematisch ist das Spiel nahezu gar nicht. Es war mir auch thematisch komplett egal, was ich mache. Die Karten haben keinen Namen, nichts. Sie haben ein bisschen Artwork drauf und fertig. Das juckt keine Sau. Ehrlich, es guckt jeder eigentlich immer nur unten auf die Symbole. Welche Aktionen bekomme ich damit? Denn jede Runde besteht aus drei Aktionsphasen. Und wir spielen immer eine Aktionsphase Reihe um. Dann die nächste Aktionsphase Reihe um. Dann die nächste Aktionsphase Reihe um. Wobei Reihe um der falsche Begriff ist. Denn das ergibt sich aus einer Initiative-Reihenfolge, aus einer Prioritäts-Reihenfolge. Und die Prioritäts-Reihenfolge ergibt sich anhand der Siegpunkt-Reihenfolge. Und zwar umgekehrt. Also wer die wenigsten Siegpunkte hat, darf als erster anfangen. Was mache ich also, wenn ich in einer Aktionsphase anfangen darf? Naja, ich spiele eine Aktionskarte. Entweder offen, dann nutze ich ihre Aktionssymbole. In dem Fall eben hier einrücken und bewegen. Oder verdeckt und verdeckt. Dann darf ich eine Karte vom Markt kaufen. Und entsorge die dafür. Ersetze sie also durch eine. Hier in dem Fall wie durch so eine. Der Markt hat teilweise Bedingungen. Indem ich bestimmte Außenposten kontrollieren muss. Einen grünen oder zwei grünen. Um auf diese Karte überhaupt Zugriff zu haben. Während die Karte ganz rechts immer gekauft werden darf. Diese Symbole stehen für die Kosten. Runde Symbole hier für die Technologie. Und das Dreieck hier für die Energie. Und die muss ich eben haben. Die bekomme ich, indem ich meine Plünderer hinschicke. Und dann zum Beispiel eine Plündern-Aktion. Beziehungsweise eine Sammeln-Aktion mache. Sammeln ist dann dieses Greifhaken-Symbol hier unten. Das ist ganz easy an der Stelle. Und damit darf ich dann eben zweimal sammeln. Das heißt, nimm eine verfügbare Ressource aus einer Region. Und lege sie auf dein Pad. Und natürlich muss ich dafür laut Regel die Mehrheit in der entsprechenden Region haben. Das heißt, ich muss da auch Miepel haben. Sonst darf ich das nicht machen. Ganz einfach. Das ganze Spiel sieht wesentlich komplexer aus, als es sich dann spielt. Das ist nämlich durch diese eingeschränkte Aktionswahl tatsächlich recht einfach in seiner Funktion. Auch das mit Dach und Boden. Das hat man schnell verstanden. Dass man da, was da angrenzend ist und was nicht. Also wo man sich hinbewegen darf und wo nicht. Genauso, dass es ein allgemeines Lager gibt, um neue Miepel reinzuschicken. Oder dass man eben ein Lager bauen kann und dann da seine Miepel reinschicken darf. Und für was man eine Mehrheit braucht und für was nicht. Nämlich für die Bewegung brauche ich eine Mehrheit. Und fürs Sammeln brauche ich eine Mehrheit. Das heißt, ich darf mich nur in Felder bewegen, indem ich dann nach der Bewegung die Mehrheit habe. Also dürfte ich mich zum Beispiel jetzt mit einem von hier nach da dürfte ich mich nicht bewegen, weil 3,3 danach hätte ich nicht die Mehrheit. Mit zwei von hier nach da dürfte ich mich bewegen, weil dann würde es 4,3 stehen und dann hätte ich die Mehrheit. Das sind so einfache Mechanismen. Was aber der interessante Clou ist, ist, dass wir nach den Aktionsphasen noch unterschiedliche Dinge abhandeln. Und zwar zu Beginn des Spiels hat jeder drei verdeckte Technologien. Und diese Technologien kann ich freispielen, indem ich von den Außenposten diese Marker habe, also die Außenposten kontrolliere. Und zwar zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, nämlich immer nach der zweiten Aktionsphase. Da haben wir hier dieses Symbol, das geht nach oben. Jetzt kann ich also Aktionen freischalten. Nach der zweiten Aktionsphase einer jeden Runde kann ich also gucken, wo habe ich zwei Marker. Die entsprechende Technologie darf ich freischalten. Die Technologien werden zufällig zu Spielbeginn ausgeteilt. Oder auch gedraftet. Das kann man machen, wie man möchte, beziehungsweise ausgesucht. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten in der Spielregel. Sowieso beglückt uns die Spielregel mit vielen optionalen Regeln, bei denen ich mich an vielen Stellen gefragt habe, ob das nicht eher die Balance aushebelt an der Stelle. Muss ich sagen, reicht meine Spielerfahrung jetzt noch nicht für aus, um das beurteilen zu können. Ich möchte dir hier hauptsächlich einen Überblick geben, was dieses Spiel eigentlich ist und was es nicht ist. Denn was es nicht ist, ist irgendwie ein großes Miniaturenkampfspiel. Hä, Miniaturen? Warum? Na klar, weil der Kickstarter Miniaturen hat. Die Retail-Version hat es nicht und dementsprechend entspricht optisch die Retail-Version deutlich mehr dem, was das Spiel ist. Das Spiel ist nämlich ein Area-Control-Ressourcen-Sammelspiel, bei dem ich meine Aktionen ganz genau planen muss. Denn ich habe sechs Aktionen pro Runde, habe acht Karten. Das heißt, ich muss genau entscheiden, welche sechs dieser acht Karten spiele ich. Denn immer wenn ich eine Karte gekauft habe, muss dafür eine andere weg. Das heißt, wenn ich jetzt die da gekauft hätte, müsste noch eine weg und so weiter. Ich habe also immer ein Repertoire an acht Aktionskarten und pro Runde spiele ich davon sechs. Da bleiben also, wie gesagt, zwei übrig. Spätestens in der dritten Aktionsphase einer jeden Runde dieser vier Runden ist die große Frage, ja, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, und dann spielt sich das Ganze eigentlich recht fluffig und einfach runter. Ich überlege einfach, wie score ich am besten diese Ziele? Was muss ich dafür hier auf dem Plan tun? Nun wusel da ein bisschen rum und mach das. Wusel da ein bisschen rum ist jetzt einfacher gesagt, denn dieses Spiel hat keinen Glücksfaktor. Also kann ich das tatsächlich ganz schön durchgrübeln. Und ich könnte sogar so weit grübeln, dass ich sage, ich gucke mal, welche Karten potenziell mein Gegner noch hat. Und was er damit noch machen kann, wenn ich so ein Superbrain bin. Und das ist vielleicht ein Kritikpunkt an Divide at Impera, der in meiner Gruppe jetzt eher nicht zieht, aber in anderen Gruppen durchaus ziehen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, gegnerische Meeple zu töten. Dann bekommt der, der jetzt in Meeple getötet wurde, ausgleich so einen Candymarker. Das ist einfach eine Aktion auf einem Marker. Das ist eben so ein netter Ausgleich. Und wie gesagt, wir haben vier unterschiedliche Fraktionen, die auch deren vier Anführer unterschiedliche Spezialfähigkeiten haben. Also auch da haben wir nochmal so ein bisschen Varianz drin, die das Ganze unterstützen soll. Auch dieser Spielplan ist variabel. Das sind einzelne Platten. Das ist jetzt zum Beispiel der Startaufbau für zwei Spieler, der empfohlen wird. Man kann das aber auch wild zusammenwürfeln, wie man möchte. Es gibt nur Regeln, welche Teile nicht nebeneinander liegen dürfen. Was auch immer die Bedingung ist, ist, dass eben immer alle Teile für zwei Spieler drin sind. Wenn man zu dritt spielt, alle Teile für zwei und drei Spieler, so dass man da nicht variieren kann an der Stelle. Denn die Anzahl der Außenposten ist festgelegt und nämlich immer Spielerzahl plus eins. Bei zwei Spielern gibt es also drei Außenposten in jeder Farbe. Ja, tatsächlich fand ich es eben mechanisch interessant, was hier passiert, welche Möglichkeiten man hat, welche Möglichkeiten man eben auch durch die Bewegung hat, mit dem Brückenbauen und alles. Was ich mir spannender vorgestellt habe, was weniger spannend war, waren die Technologien. Das ist auch, wenn man sich die Technologien dann hier mal durchliest. Da hat man so ein Übersichtsblatt. Da ist irgendwie nichts so wirklich Gamebreaking dabei, irgendwie nichts richtig Geiles. Entschuldigung. Wobei es durchaus Technologien gibt, die ich besser finde und Technologien, die ich teilweise deutlich schlechter finde. Also persönlich finde ich sowas wie, alle Regionen mit deinen und neutralen Aufzügen gelten bei der Aktion Bewegung für deine Plünderer und deinen Anführer als benachbart. Das ist richtig geil. Während ich hier den Ingenieur hatte, oder nicht den Ingenieur, sorry, hier blau, das Plus 1. Wenn du eine Drohne bewegst, darfst du sie um eine Region mehr bewegen. Es gibt hier pro Fraktion, jede Fraktion hat eine Drohne in ihrem Startdeck, die sie kontrollieren kann. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten und ich fand meine Drohne zum Beispiel scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die darf einen gegnerischen Miepel töten. Der Anführer geht aber nicht zu töten und nur der Anführer war in Drohnenreichweite. Dann habe ich die Aktion lieber anders genutzt, während hier mein Mitspieler eine Sammeldrohne hatte. Die konnte hier Ressourcen abgrasen. Das war tatsächlich eigentlich deutlich cooler, finde ich, an der Stelle. Ja, worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus? Achso, genau, diese Technologie, Drohnenfernsteuerung Plus 1 Bewegrungsreichweite, naja, hat halt nicht gepasst. Aber auch die anderen Technologien fanden wir im Großen und Ganzen jetzt nicht interessant. Besonders eben, wenn man diese zufällig auslost und man, naja, dann entweder eben was bekommt, was cool ist oder eben was nicht cool ist. Dementsprechend würde ich da die Drafting-Variante definitiv bevorzugen. So, schauen wir uns nochmal so eine Karte mal genauer an. Also auf einer Karte ist nicht nur eine Aktion drauf, sondern eben mehrere. Und auf den verbesserten Karten können sogar noch mehr Aktionen sein. Ja, also eine der besten Bewegungskarten des Startdecks ist natürlich diese hier. Da habe ich zwei Bewegungsaktionen. Da habe ich mich also zweimal in angrenzende Regionen bewegen. Cool, also könnte ich sagen, okay, weißt du was, der hier bewegt sich jetzt, da kann er nicht rein, weil da habe ich die Mehrheit danach nicht. Da kann er nicht rein, weil da habe ich die Mehrheit danach nicht. Er könnte sich also hier hinbewegen. Ich könnte aber auch sagen, hier der dicke C3, der bewegt sich hier rüber. Dann hätte ich hier die Mehrheit von meinem Mitspieler gewonnen, bekomme also ich von ihm den grünen Marker und darf den hier in meinem Tableau platzieren, um anzuzeigen, dass ich den habe. So, das wäre also einfach eine Bewegungsaktion. Ganz cool, jetzt hätte ich noch eine Bewegungsaktion, wenn ich mich jetzt rausbewege, kriegt mein Mitspieler die wieder. Hier hochbewegen kann ich mich nicht, weil ich keinen Aufzug habe. Ich könnte mich aber hier hochbewegen, weil hier ein Aufzug ist. Es gibt noch eine logistische Bewegung, also es gibt für die normalen Aktionen noch Upgrade-Aktionen. Die haben wir hier aufgelistet. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Die sind hier auf den kaufbaren Karten. Also zum Beispiel hier ist das taktische Marschieren und so gibt es eben auch das logistische Bewegen. Das taktische Bewegen und das logistische Bewegen und das logistische Bewegen, das habe ich hier drauf. Damit darf ich so tun, als hätte ich einen Aufzug tatsächlich, auch wenn ich ihn nicht habe. Ja und da sehen wir dann eben, hier gibt es zum Beispiel eben meine Zwei-Bewegen-Karte, aber hier haben wir eine auf dem Schwarzmarkt. Die hat nicht nur drei Bewegen drauf, die hat auch Brücke bauen drauf. Damit darf ich eine Brücke bauen und mich dreimal bewegen. Das ist natürlich viel geiler als zweimal bewegen und wenn ich die kriegen kann, dann würde ich dafür die zweimal bewegen durchaus hergeben. Also die wegmüllen dafür, um die da zu kaufen. Genauso eben wie hier dreimal rekrutieren. Dreimal rekrutieren bzw. einrücken ist natürlich besser als zweimal einrücken. Ganz klar. Hier haben wir zweimal einrücken. Und so kann ich natürlich auch gucken, dass ich mir da mein Deck zusammenstelle. Das Spannende ist, dass die Karten relativ viel Punkte wert sind, meistens zumindest. Und dass das damit dann eben auch ein sehr interessanter Weg ist, um Punkte zu generieren. Ich also die Ziele tatsächlich ein bisschen links liegen lassen kann, wenn ich dafür einfach mehr Ressourcen sammle, um mir von den Ressourcen passende Karten zu kaufen. Ich kann mir aber pro Runde maximal drei Karten kaufen, was schon ziemlich krass wäre, weil ich muss ja dann immer von meinen sechs Aktionen pro Runde müsste ich dann drei Aktionen hergeben, um Karten zu kaufen, anstatt irgendwas anderes zu machen. So ist man aber immer ein Stück weit in diesem Dilemma. Wie nutze ich meine Aktionen? Welche Aktionen nutze ich? Wie nutze ich sie bestmöglich? Und dieses Dilemma ist natürlich einfacher zu überblicken bei zwei Spielern als bei drei und vier Spielern. Ganz logisch. Was ich bei Day, Divide, Ed, Impera aber tatsächlich gut finde, ist, wenn man mal hinter mir guckt, die Spielerzahl spielt seit 60 bis 90 Minuten. Und zu zweit ist locker 45 Minuten drin. Zu dritt würde ich sagen, sind 60 Minuten durchaus realistisch. Wenn nicht Richtung 90 Minuten und zu viert, ja, 90 Minuten bis vielleicht 120 Minuten. Das finde ich aber durchaus gerechtfertigt für das, was das Spiel am Ende bietet. Denn es ist tatsächlich endlich mal wieder ein Area-Control-Spiel, das mir Spaß macht. Das eben nicht einfach nur Pures auf die Fresse hauen ist. So ganz und gar nicht. Also es gibt hier keine Kämpfe. In Divide, Ed, Impera gibt es keine Kämpfe. Es ist kein Kampfspiel. Es ist ein Mehrheitenspiel. Es ist ein Sammel-, ein Ressourcensammelspiel. Es ist ein Optimierspiel tatsächlich. Ich möchte meine Aktionen möglichst optimieren, damit ich so viele Punkte mache wie möglich. Das kann man natürlich zu jedem Punktespiel sagen. Aber hier ist es ein ganz deutlicher und starker Aspekt, den ich an Divide, Ed, Impera an der Stelle wirklich schätze. Das Material ist insgesamt ganz hervorragend für das, was es tut. Auch eben die Holzmipel. Wir haben für jede Fraktion unterschiedliche Holzmipel. Finde ich super. Wir haben diese unterschiedlichen Drohnenholzmipel. Finde ich super. Diese Dächer, das ist eine optisch coole Sache und hebt das sicherlich nochmal ab. Was ich nicht verstehe, ist die zweite Dachebene. Die hat nämlich spielerisch keine wirkliche Relevanz, weil es gibt nur die Unterscheidung zwischen Boden- und Dachebene. Die einzige Relevanz ist, dass das hier das nochmal abteilt in das ist ein Feld und das ist ein Feld. Und das ist ein Feld, das ist ein Feld und da muss ich auf den Boden. Da muss ich also wieder einen Aufzug nehmen. Was mich nervt, ist die Platzierung der Aktionssymbole. Entschuldigung. Und zwar fächert man Karten ja normalerweise auf. So, was sehe ich? Ich sehe null Aktionssymbole, ich sehe aber ganz oft mein Fraktionssymbol. Ja, danke, ich weiß, welche Fraktion ich habe. Wenn hier oben die Aktionssymbole stehen würden und das Fraktionsbanner von mir aus in der Mitte, was ja sowieso, da ist kein wirkliches Artwork drauf, das wäre viel sinnvoller. Und wenn ich jetzt hier sage, ja, aber hier oben links sind doch die Kosten. Ja, die Kosten könnte ich unten in die Mitte drucken, weil die brauche ich nur einmal sehen, wenn ich die Karte nämlich kaufe, während ich alles andere, die Aktionssymbole, eigentlich die ganze Zeit sehen muss und sehen will und es so eben nicht tue. Und das ist einfach wieder so eine kleine redaktionelle Sache, wo ich sage, äh, muss nicht sein. Und die ein oder andere Regel ist echt ein bisschen versteckt, beziehungsweise ein bisschen unklar. Eben wie diese Dachregel, dass das keinen Unterschied macht, bricht einfach mit dem, was man erwartet, wenn man eine weitere Dachebene da drauf klebt. Wie gesagt, dann der Aufbau, dass man dieses Dächer da drauf klebt, ja, das ist anstrengend. Ähm, wir haben hier auch ein bisschen Fluff, der kommt aber, wie gesagt, während dem Spiel nicht wirklich durch. Und ansonsten ist hier ein wirklich interessantes, solides Area Control Optimier-Spiel. Was ich noch zeigen möchte, dazu gab es bisher nur einen Tweet von mir, ist, das Insert hat offensichtlich die Funktion, die Spielplan-Teile vom Rest zu trennen und das ein bisschen zu sortieren, was ich finde, was gerade hier bei solchen Spielplan-Teilen wichtig ist. Ja, jetzt seht ihr bei mir, das hat den Transport so quasi nicht wirklich überlebt. Dazu hatte ich getwittert und ich weise darauf hin, dass ihr wohl die Gelegenheit habt, wenn das passiert, von Pegasus an der Stelle Ersatz bekommen könnt. Ja. Ähm, ich fordere keinen Ersatz für sowas an, ich finde es Ressourcenverschwendung, denn es erfüllt auch so seinen Zweck, auch wenn es nicht sonderlich hübsch ist. Aber ich möchte Ersatzteile nur für etwas, was wirklich das Spiel einschränkt. Und ansonsten haben wir hier, wie ihr seht, Double-Layer-Boards, das heißt, die Steinchen, die sitzen da schön drauf, die Karten nicht, die lege ich ja nur drauf. Das passt also, das ist wunderbar. Wie gesagt, beim Material bin ich ansonsten sehr, sehr, sehr zufrieden. Und für mich kann ich sagen, Day, Divide at Impera, hat sich gelohnt. Es ist ein Spiel, das bei mir im Regal erstmal bleiben wird. Ähm, und das ist eines der wenigen Area-Control-Spiele dafür. Für mich ist das einzige Area-Control-Optimier-Spiel an der Stelle, das ich tatsächlich noch einen Tick besser finde, aber weil es eben Deck-Building hat, ist Tyrann des Unterreichs. Aber Divide at Impera ist sicherlich eines, was noch deutlich häufiger auf den Tisch kommen wird. Und dafür werde ich sorgen, weil ich es einfach sehr interessant finde, auch mit dem, auch und gerade wegen dem modularen Spielaufbau. Ja, das war's von mir, das war's von Divide at Impera, von Pegasus-Spiele, beziehungsweise Lutus-Magnus-Spiele. Ich bin Alex und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao!